Hey Leute, Alsano hier und willkommen zu einem neuen Video. Kurz vorm Ende von Season 8 haut Nintendo oder vielmehr Gamefic noch einiges raus, denn es gibt jede Menge Event-Verteilung. Ihr könnt euch an Shiny Pokémon sichern. Was ihr alles dafür tun müsst, erfahrt ihr jetzt. Also viel Spaß! Fangen wir mit dem Shiny Pokémon an. Und zwar finden bis zum 19. September wieder Event-Wids in Pokémon Schwert und Schild statt. Und ihr habt in Stufe 5 Wids wieder die 2% Chance auf ein Square Shiny. Diesmal ist es Snom und nutzt auf jeden Fall die Gelegenheit, packt ein paar Wunschbrocken zusammen und sucht euch das entsprechende Event-Nest. Mit ein bisschen Glück findet ihr dann auch das Shiny Snom. Aber es geht weiter mit den Gratis-Pokémon. Und zwar könnt ihr bis zum 22. September mit dem hier unten eingeblendeten Seriencode das Lauchzelot von Esch bekommen. Im Moment findet hier die Pokémon-Team-Verteilung von Esch statt und diesmal ist Lauchzelot dran. Wer also das Lauchzelot von Esch haben will, einfach bis zum 22. September den Seriencode eingeben. Das macht ihr in eurem Geheimgeschenk-Menü. Geht dort auf per Seriencode-Empfang und gebt den entsprechenden Seriencode ein. Die letzte Pokémon-Verteilung, und es ist wirklich viel im Moment, findet bei GameStop statt. Und zwar könnt ihr bei GameStop vor Ort einen Seriencode bekommen, mit dem ihr Marshadow, Genesect und Vulkanion bekommen könnt. Und nutzt also die Gelegenheit. Ihr müsst dafür einfach nur vor Ort bei eurem GameStop in die Nähe gehen und dort mit dem Verkäufer sprechen und sagen, Hey, sorry, ich hätte gerne den Seriencode. Dann kriegt ihr den. Und ihr müsst dafür keinen Kauftätigen, gar nichts. Ihr müsst einfach nur vor Ort reingehen und euch den Code abholen. Und ich kann euch nur empfehlen, nutzt die Gelegenheit, holt euch diese Codes. Die gibt es bis zum 30. September. Also schnell sein. Und ich drücke euch die Daumen, dass ihr einen GameStop in der Nähe habt und die ganzen Pokémon-Verteilungen mitnehmen könnt. Wenn ihr über die Welt der Pokémon auf dem Laufenden bleiben wollt, lasst einfach ein Abo und ein Like da. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Erfolg bei der Jagd und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.